okay also vollpferd die erste weibchen legestachel diese natürlich hier ist richtig geil was drin muss aufpassen die viecher beißen natürlich nicht richtig respekt vom leben kopf tot machen doch jetzt musst du bei denen hier ganz wichtig hier vorne jetzt die auch mal die haben alle richtig fett wiederhaken das leckere hier oben das kann man hier noch die antennen weg machen das ist ganz wichtig und den lege schachtel von mir aus so jetzt kann man hier noch von mir die flügel hinweg machen weil das ist auch nichts jetzt rein das gute stück das ist alles was das jetzt weiß ich nicht aber das könnte lieber seinen scherz schmecken lassen eisegeist und ist nicht gut nein alles gut Ja, gut!